Bei euch gibt es ja auch Speck, oder? Und hier sind wir wieder live im Hypodrom drauf. Ich habe hier die Ingrid und die Efi und die kommen aus Südtirol. Das macht sich schon super sympathisch, tragen trotzdem ein Dirndl. Was macht ihr hier auf dem Oktoberfest? Feiern, oder? Feiern, ja. Wir sind mit dem Betrieb heute Oktoberfest gefahren. Und bei euch gibt es ja auch Speck, oder? Speck, Keck, Flanien, Äpfel, Trauben, Wein, alles. Kommt ihr denn jedes Jahr hierhin? Nein, vor zwei Jahren. War das letzte Mal. Aber wenn es geht, dann kommen wir jedes Jahr. Uns gefällt es hier. Euch gefällt es hier in München? Ja, uns gefällt es auch. Ich komme ja aus Köln und die Kölner sind ja eigentlich Römer. Und deswegen karminieren wir ja auch so gut mit den Südtirolern. Ja, wir Südtiroler sind nicht Italiener. Das stimmt, aber ihr seid trotzdem extrem hübsch, oder? Danke. Und was macht ihr gleich noch? Jetzt fahren wir wieder zurück nach Südtirol, nach Brixen. Ja, genau. Nach Brixen. Also nicht nach Bozen, sondern nach Brixen. Ja. Und nächstes Jahr kommt ihr auf jeden Fall wieder, oder? Ja. Ist super hier im Hippodrom, oder? Super! 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 Dann vielen Dank, gute Heimreise! Danke! Und alla prossima! Tschüss!